herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch mama hat gesagt von sdp sido und ist agraf in der venüle edition alle weiteren informationen zu diesem release und dem inhalt sowie natürlich auch die links dazu findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung mama hat gesagt von sdp sido und ist agraf das ganze am 3 mai erschienen wir immer wieder eine vinyl aus dem bereich deutschrap das ganze ist eine single auskopplung vom kommenden sdp album das ganze hier als 7 inch vinyl erschienen wir packen zuerst mal das ganze hier aus der folie so schauen wir uns mal an am besten ja hier wo die schweißnaht ist wenn wir hier dann einstechen genau dann können wir hier wunderbar öffnen so und dann können wir hier wunderbar die folie abziehen so sieht es aus das ist das cover also wir lesen hier mama hat gesagt sdp sido und esther graf da sind die beteiligten auf dem song auf der rückseite haben wir zumindest zwei von vieren hier abgebildet nämlich die beiden herrschaften hier von sdp also wind und dark dann haben wir unten noch infos barcode und tracklist ja haben wir hier keines weil ich es beurteilen kann wenn wir dann reinschauen dann haben wir hier das ganze in einer schwarzen hülle dazu gibt es noch ein kleines kärtchen also eine eine postkarte hier noch einmal das design vom cover in diesem fall im hochformat und auf der rückseite lesen wir mama was ich ja schon immer sagen wollte an mama also da könnt ihr dann mit hilfe dieser postkarte eurer mama eine nachricht eine postkarte schreiben wenn ihr das wollt und natürlich haben wir dann die vinyl an sich die kommt in schwarzer papierhülle und dann haben wir in rot eingefärbt hier die vinyl in diesem fall hier die a seite mama hat gesagt und auf der rückseite die b seite die sieht dann so aus genau das war es soweit zu dieser vinyl edition das ganze kommt hier wie gesagt mit dieser postkarte mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dieser single schreibt es in die kommentare und wenn in die musik feiert falls ihr sdp sidor ist der graf und auch mich unterstützen möchtet dann findet die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war es für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt auf euch auf